Ah, Mann, ja. Ich will dir eigentlich nicht zugucken, der ist so ein Lappen. Siehst du, da war rechts doch von dem Einer. WTF? Warum tötet er da nicht den, der da auf ihn zukommt? Der hat den, glaube ich, nicht mal gesehen. Ich habe den aber gesehen. Der muss den gesehen haben, guck's dir da an. Der muss den gesehen haben. Was hat der für einen FVV? Sehen? Ich war ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe 90, kann das sein? Options, Settings... Ja, auch 90. Das ist höchste. Bei Borderlands 2 gehen 110, Junge. 90 ist für mich ein Standard fast schon. Yay, Combat-Record, Clan-Check. Ich habe fast Platz. Gut. Okay. Wie heißt der? Engineer ist das. Ja, ich glaube, Deutsch heißt Attacker. Unlock and Equip. Das, der kann man rausmachen. Random. Random. Plaza ist eigentlich nicht so schlecht, aber random ist vielleicht besser. Ja. Oh je. Okay. Was? Hast du das nicht gerade gehört? Doch. Also. Frag doch nicht was. Frage. Ja, weiß ich nicht. Ich benutze mal die Spot-556 oder wie die heißt. Vielleicht komme ich damit besser, glaube ich. Das ist gut. Der Rapokas. Ich sagte ja vielleicht. Ne, der Rapokas ist bei uns. Der hat angeblich hackt. Die hacken alle. Ja, ich glaube auch. Oh, das ist eine Burst-Waffe. Frag ich mir da. Das gefällt mir schon mal. Direkt ein Side-ge-unlocked, Sergeant-2-Promote. Jawoll. Der wird meine Prestige schnell. Wirklich. Sorry. Der wird meine Prestige irgendwie schneller? Kann das sein? Ich weiß. Mindestens hast du den Last-Kill geholt. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen beruhigt. Der wollte eben stehen-clenten. No. Was soll er denn machen? Pass auf, der killt dich jetzt auch. Muss jetzt schon kommen. Bestellen, wie soweit kommt. Alter, ich hab zuerst geschossen. Der steht da hinter seinem scheiß Schild. Wie der Quickscope. Alter, wie das Ding aussieht mit dem Arzl. Hä? WTF? Steht bei letzter Runde, oder was sagst du? Was meinst du, selbst den Schild? Ja, der steht da die ganze Zeit dahinter. Ja, das mag ja sein. Aber dass man durch Hacker auch den Schild sieht, dann verwundert mich. Hardcore search and destroy. Hardcore search and destroy. Hm. Well, see, find. Ha! Also, wenn das we will, heißt es sollte, dann hat er das ein bisschen falsch geschaffen. Ah fuck, Bomme im Haus Coolseite sagst du? Mhm Das hier ist wirklich nicht meins gerade Nichts bombt? Ach ne, die haben Bombe Wir sind immer noch am Defenden Ja Ne, unten In der Ecke, ganz recht in der Ecke Da war er zumindest Ist wahrscheinlich sehr viel weggelaufen Ich hoffe, dass du gehört Na ja, Bomme geht wieder Aber diese angespannten Momente, weißt du Ja, wenn der Puls hochgeht Der Druck steigt Die Urinblase sich leert, obwohl man es gar nicht will Ne, ne, das kommt nur dann, wenn du Angst hast Oder wie war das? Ich hab dich gesehen Erwicht, du Kätz Ja, ich hab ihn gesehen Guck dir an, ich guck nach hinten Warte, jetzt Da Hast du gesehen? Wieso die sich anhört? Gell Also ohne Zeitlupe würde ich es sich besser atmen Darf ich mich ja Halftime Aber das ist halt auch Was ist denn bei dem kaputt? Kann mir mal wer sagen, was bei dem kaputt ist? Sein Hirn Meinst du? Ich weiß es nicht Alter Du hast manchmal keine Zeit überhaupt hinzuziehen und zu reagieren Also auf jeden Fall wollte ich Rest gemacht Das ist einer ganz hinten oben links Hat der Hund gebellt? Da oben war der Rechts sind jetzt welche dran Du hast keine Granate, ne? Was glaubst du? Ich hab nichts dabei, sag ich jedes Mal Dann hol dir wenigstens eine normale Granate mit Nein, dann kann man sich meine Klasse komplett umstellen Kein Traum Nicht Oh, Idiot Fühlt sich cool, was ist denn der Gegner Team? Neu 3 Neu 3 Weißt du, immer wenn man auf dem Aufnehmen ist, machen die irgendeine Scheiße Deswegen hab ich Katzen Die sind ruhig Pass auf, bald bellen die Nein, ich hab Stummkätzchen, die können nicht mal miauen, so klein sind die Oh, what the fuck Alter Alter Komm, alle gehen sterben, aber ich will jetzt noch eine Schuße an KD auszugleichen Bisschen Ich geh 3-4 Ich geh 2-4 Ich geh 2-4 Binge over 9000, was ist das? Ja, oder? Sliper Wie gesagt, der Host ist kacke Der Host ist echt kacke Ich soll mich mal hosten lassen Ähm, du weißt schon, dass das von PC und EZLAT abhängt, ne? Egal Das war Basketball Aber er hatte schallgelämpfte Waffe, also map-technisch sieht man gar nix Ja, 2 schallgelämpfte Warum da wohl so'n Sticks stiehlt? Wer weiß Vielleicht war die Bombe da, weiß Komm, gestern Bitte Jawohl Hehehe War Vega-Sund Ja, klar Ich glaube, der hat den Clan-Tag-Animé Und hat sogar nen Charakter aus Sword Art Online 2 Der gerade sogar nur Scope guckt Ja, hat's gesehen Ja, hat's gesehen Komm, jetzt reise ich wieder ein bisschen mit Mindestens ein Kill will ich noch kriegen Nö, ich blende jetzt Ich komm mit dir Ich komm mit dir What? Durch die Wand Ich hab mich durch die Wand gekillt Ja, hallo? Ist ja keine dicke Wand da Ja, trotzdem Das ist doch also Zeit Da ist keiner, kannst du die Bombe holen Das gehört Ich geh eh sterben Egal, wo die Bombe läuft, nach rechts Egal, wo die Bombe läuft, nach rechts Was soll das denn sein? Also wenn das ein Penis sein soll, fehlt da noch ein bisschen was Ja, was denn? Ja, was denn? Entweder Doppelpunkt 3 oder X3 Und nicht Gleichstrahl Was für ein Penis? Oder was? Penis wird so gemacht Nein, für die Katzenfresse Doppelpunkt 3 oder X3 Und nicht sowas, was der da macht Ich mach jetzt nen Penis Iiii Schwuler Penis Oh, f***t euch Ich hab gehört, was der hat, der vielleicht war Oh, scheiße Ich hab noch 2 Kills gemacht Der war schlecht Egal, ich hab noch 2 Kills gemacht LAP LAP GG Was brauchst du denn so lange für ein 1 Level, Alter? Ich hab in der Zeit, in der du jetzt 1 gemacht hast Hab ich 10 Level gemacht Ey, ja komm Hallo Guck dir mein Level an Guck dir dein Level an Wie viel Bonus kriegst du eigentlich? 137 Siehste, ich krieg nur 41 Hallo? Du musst aber auch berechnen, was ich gemacht hab in der Runde EMP-Granate, wuhu Reflexside und Quickdraw Handle Ich hab neue Sachen für die Baracken Ich hab Movie Star 3 freigeschaltet Hab ich schon von längerer Zeit Oh Gott So oft war ich jetzt schon in der letzten Jojo, so wie strickst Ich hab einen permanent Andock frei Uh, was sieht jetzt mit der Aufnahme aus? Wir können gerne enden, wenn du willst Oberfluff Nein, wir machen nur Oberfluff Okay, Oberfluff Eure Fluffigkeit Ach, 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 ach Eine letzte Runde auf Oberfluff Fluffig Ah, mein Bein hat geknackt Yay! Ich hab morgen einen Arzttermin, weil mein Bein knackt Äh, ich muss auch nochmal zum Arzt gehen Ist das jetzt überhaupt Oberfluff? Ja Ja War 4 zu 0 zu 1 4 zu 0 zu 1 4 zu 0 zu 1 Ja, 4 Oberfluff, soweit ich hab das richtig Ich weiß es noch Ich weiß es nicht 0 für das vorige Und 1 Für random So, vielleicht komm ich jetzt besser mit der SWAT klar Jetzt hab ich ein Skin drauf Ja Da wurde er mal wieder angeschrien Egal, bleiben wir bei mir Fängt ja schon mal bescheiden an die erste Runde Wie kommst du denn da drauf? Meine Fresse Ist doch schön, dass ich alleine wohnen Nee, tust du nicht Stimmt, ich hab noch meine Kätzchen Unter anderem Unter anderem Ohne Scheiße, geht mir so auf den Piss Obamacquire Aber wir haben den Anime Typen bei uns Ja, der ist drauf Pass auf, der plantet und macht die ersten 3 weg Ha! Oder auch nicht Guck mal, da hängen voll an der Kiste War nicht wahr Rangenagelt Nein, der chillt nur Auf jeden Fall Der chillt Weiß ich nicht Ich hab's extern Was Steam angeht Eliminate die Objekte Dann eliminaten wie man die Objekte ist, hoffe ich mal Ich hab die Bombe Drücke dir den Knöpp hier Ich... Ich drücke den Knöpp hier Bring mich nicht zum Ausrasten Ich drücke den Knöpp hier Geht vor meine Klaven Ich hab nur mich Der ist schon angefreckt Er ist down Der ist ja Divergent Wo soll ich planten? Weiß ich nicht Such dir was aus Ich hab gerade 2 gemacht Denkst du ich krieg B hin? Versuch's Ich bestimme nicht wo du plantest Bist du bei B? Ja Guckst du auch auf B? Ja Da ist einer Durch den Tunnel hinten Tunnel hinten? Wow Der zündet du Der UAV jetzt Huh Wie ihr schlägt euch angeguckt habt Ja Irgendwie scheiße Hallo Ja K-80 What ever Oh der hat daneben geschossen Nope Wieder 50 Punkte mehr hat nur durch das Blenden Geil Ja jetzt bist du die Bombe Nichts wäre jetzt wenn du am Blenden bist und ich dich killen würde Hast du wen getroffen? Von der Fläche her schon Das war sogar ein Headshot Hast du ihn erwischt? Ja sicher Guck doch unten links im Feed Ja ich sehe es gerade Wie gäbe es dich umsonst Hinten Bei dir? Abrunden Hör auf mit deinem Angstglobe schießen Alter Das bringt einen Scheiß Du bist letzter Krieg zwei Hinten Ah fuck Manu Ich hab ihn nicht gesehen Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Du hast auch ein tolles Blenden Neee ich hab da echt Neee Den hattest du locker im Storm Ja Erstmal daneben Ist immer gut Halbzeit Letzte Runde Würde ich mal vorschlagen Für uns Würden wir jetzt noch aufnehmen und zocken Ja Ich geh rechts Ja ich komm mit ja Jörg Ich rief Dasel Backel Kiss Lühe Hinten Jörg Jörg Gegen 3 ist das jetzt nicht soo... No Scope, guck dir das mal an. Du machst auch No Scope. Ja, weil ich grad nicht ziehen brauch mit der Waffe. Er ist nur rausgekommen, weil ich in seinen Dings gelaufen bin. In seinen Stromstick da. Stromstick? Ja. Wie auch immer die Dinger heißen, keine Ahnung. Heißen die das über einen Eintrischocker? Ja, ich glaub schon. Bin mir nicht sicher. Boah, ich bin halb. Versteht mal, wir sind beide halb. Ich bin halb halt halb. So bist du fertig. Haben wir recht. Ah fuck! Hinten, bei denen der Spawn, der kommt hoch links. Nee, 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 am Brunnen. Du hast gesagt, der kommt hoch links. Ich hab links geguckt. Ja, am Brunnen links hoch. Sag ich doch. Oder anderes kann ich dir nicht sagen. Ich switch mal durch, um zu gucken, wo er ist. Du schrittst mal durch. Du schrittst mal durch. Ja. Hier ist ja noch einer. Wow. Ah ja, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Schaffen wir das noch hier. Tschüss. Der lässt den planten. WTF? Soldat. Alter, ohne Scheiß. Lacker, ey. Ich muss echt Habpunkte holen. Eine Runde noch. Komm mal rein. Trinkt ja, dass jeder Deutsch kann. Guck mal da. Kann die Cup 40 eigentlich durch Wände schießen mit Schalllämpfer? Aber wälzt? Kannst du Deutsch? Nee, das Ü geht nicht. Man kann kein Üben machen. Wo kommst du jetzt erst drauf? Hier kann man kein Üben machen. Hey, solche Nubs mit ihren Scheiß-Shock-Sticks. Was? Ich bin überbrunten. Nee, durch. Zur Mitte. Ah. Ich guck weniger zu. Ja. Bomben ist arm. Bomben ist arm. Bomben ist arm. Bomben online. Bei mir war sie arm bei dir online. Der hat eine Maske. Kann das sein? Ja. Oh. Ich hab 40 genug. Ja. Der muss natürlich snipen. Denkt ja, der hat's drauf damit oder was? Soll er sich lieber A-O-G hassen. Ja. War klar, dass er downiert. Ja, komm. Letzte Runde jetzt. Los. Schneller. Extended Mission time. Ja. Bullshit. Ja. Seh ich aus. So, irgendwie da sterbe ich jetzt schnell oder... Keine Ahnung. Wir gewinnen das schnell. Ja. Was glaubst du denn? Oh. Sorry. Steinern. Du hast gerade damit unsere... Ähm. Chance zu gewinnen gekillt. Als ob. Als ob. Ist so. Äh, okay. Das hier ist nicht meine... Ähm. Außerdem... Ja. Jetzt immer quitt. Nee. Doch. Nee. Erzählt nicht. Egal. Erzählt nicht. Er sich erzählt dann. Erzählt nicht. Nee. Klar, die Zuschauer werden mir auch zustimmen. Die 10 Stück, die da in 3 Monaten zugucken. Erzählt nicht. So. Gewonnen. Endlich. So. Ich würde vorschlagen, wir warten jetzt noch ab. Wie ich die Kilken saß war und so. Hallo. Jiii. Der ist mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen. Nein. Mit dem Sack. Der Arsch ist ja hinter da. Guck mal, da liegt da eine Leiche. Da liegt deine Leiche. Nein, das ist aber deine. Ich bin unten gestorben. Egal. Oh, ich hab den Lautstaff reingeschaut. Oh. Na gut. Das war's dann erstmal so. Komm, wir gehen mal raus. Sayonara. Sayonara. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.